Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Sons of the Forrest. Wie angekündigt brechen wir auf zu neuen Heldentaten. Ob es nun stürmt oder schneit, ich stehe bereit. Ich weiß eigentlich nicht die besten Wetterverhältnisse für einen kleinen Marsch übers Gelände. Aber solange mir irgendwann wenigstens etwas Sonne auf den Pelz scheint, lässt es sich aushalten. Ausgerüstet bin ich. Ein wenig Fleisch und vielleicht nur einen Fisch könnte ich gebrauchen. Und wenn man es genau nimmt, bin ich sogar zu gut ausgerüstet. Und ich stehe ja nicht so auf Verschwendung. Und da man wieder mit reichlich Beute rechnen muss, packe ich da lieber mal was in die Regale rein. Weil jetzt nichts mehr reinpasst, stellen wir einfach noch eins auf. Crunchy Wunchies. Zwei Stück. Lass ich hier. Ein paar Nudeln, fünf am Start. Nehmen wir drei raus aus der Rechnung. Planen. Ach, das ist eh egal. Wie geht es hier ein Stück? Und da ist alles voll. Ein paar Leuchtfackel noch. Kevin! Aus dem Weg. Einer. Einer einziger. Lass ich da mal noch drin. Mollys! Zwei Stück. Raus damit. Da bräuchte ich ein neues Regal. Leiterplatten. Kann ich auch noch. Zwei Stück raushauen. Vielleicht auch noch. Hodka Flaschen. Lassen wir es dabei. Ich brauche ein neues Regal. Ein großes. Das bleibt nur einzig und allein für die Wetterplatten. Möbel. Sollte man schauen. Oder auch nicht. Lagerung. Natürlich. Da wird das hingestellt. Zwei Stück. Hiervon. Oder so ähnlich. Das wird irgendwie erfeuert. Weiß der Geier. Und nun noch mal das Ganze. Eterationen. Drei Stück. Und zwei reichen. Energy Drinks machen wir. Oder reduzieren wir. Arzt 4. Medizin. Wird halbiert. Pils und Co. Das kann so bleiben. Oh ja. Stimmt. Ich könnte jetzt zum letzten Mal die Container beim abgestürzten Heli öffnen. Also. Mauen wir hier auch noch mal zwei Granaten raus. Batterien. Vier Stück. Das passt. C4 Ladung. Rüber aufs Brett damit. Wie sieht es aus mit seinen sechs Stück? Machen wir drei Dras. Oh. Da wüsste ich nicht, dass das eine Grenze hat. Ebenso wenig bei Stoff und Münzen. Und Draht. Ohren können auch bleiben. Ho ho ho. 400, 54. Bin ja schon fast ein reicher Mann. Anfangen kann ich nur leider nichts damit. Ampust 13, 15. Steinfeile 18. Munition werde ich sowieso nicht benutzen. Die Schrotflinte und die kleine Waffe behält die gute Virginia. Ja. Achso. Genau. Die Rüstung. Müsste man noch überstreifen. Zack, 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 zack. Alles weg. Aufgebraucht. So schnell geht's. Ansonsten wäre ich nun endlich fertig. Leider fällt mir nichts ein. Ich bin... ...fast gesättigt. Äh... ...das wird nichts mit denen hier. Oh, da erreiche ich das nicht. Mit vollem Magen spazieren wir los. Was anderes kommt mir hier gar nicht in die Tüte. Och, komm schon. Dann gibt's Sushi. Das hätten wir abgefrühstückt. Kevin... ...Virginia... ...weint nicht um mich, wenn ich nicht wiederkomme. Macht euch ein schönes Leben. Lasst es euch gut gehen. Ich wünsch euch das Beste. Auf Wiedersehen. Und daraus bestehe ich diesmal. Zum Heli wollte ich. Ihr könnt auch mitkommen. Wenn euch danach beliebt. Auch wenn ich euch davon abrate. In die dunklen Spalten wollt ihr ja eh nicht. Also, warum die Mühe machen. Da gibt's noch was. Und noch mehr. Ja, irgendwann muss ich auch nochmal die GPS-Tags ablaufen. Eigentlich schon längst erledigt das Ganze. Aber nun, nach dem Update, nach dem letzten... ...sollten sie ja dann verschwinden. Ich muss... In welche Richtung? Zu dem Punkt. Key Card. Hab ich Chris bereit? Hab ich genug Stecker? Hab ich. Daran... ...wurde gedacht. Augen offen halten. Nach allem, was interessant sein könnte. Bin offen für alles. Jetzt ein... ...Gräber, wo ich buddeln darf. Verlassene Dörfer. Bewohnte Dörfer. Zum Strand muss ich nicht unbedingt. Und wenn es da unten doch nicht weitergehen sollte. Wie gedacht. Wo geht's denn denn als nächstes hin? Ganz da im Norden? Wäre ja noch ein weiteres Signal. War ich da schon? Wüsste ich jetzt nicht. Oh. Herrein spaziert. Wie machen wir's? Ganz entspannt und gemütlich? Oder... ...brutal und aufdringlich? Was hätten wir denn alles im Angebot? Nur Mutanten? Drei Stück. Das ist aber jetzt... ...doch recht anspruchsvoll. Ey! Choice sieht doch nicht auf. Oh. Da ist ja noch wer. Ich glaube, ihr steht ganz ungünstig. Ich halte den Rücken frei. Nur da steht doch nicht mehr ganz so viel. Da brauche ich ja fast nichts tun. Oh. Da will man sich zurücklehnen. Passt nicht auf. Und schwupps. Hat man die Tentakel im Gesicht. Nehme ich. Nehme ich. War da in der Ferne noch was zu hören? Sehr gute Arbeit. Das gibt mindestens 10 Gummipunkte auf dein Sparkonto. Noch ein bisschen mehr und du darfst es eintauschen. Bei mir höchstpersönlich. Ach, so viele tolle Sachen hier. Und dabei bin ich noch nicht mal im Lager. wieder drei Rüstungsstücke. Naja, summa summarum 2. Eins ging drauf. Aber plus gemacht. So viel kann man sagen. Das ist einfach nur lustig. Immer noch ein Keuchen zu vernehmen. Ach, such du mal. Ich schaue mich etwas genauer um. Was mir denn da so alles liegen gelassen wurde. Da ist doch noch ein leerer Beutel. Äh, Krabbelgruppe. Im Anmarsch. Ups. Er hat doch noch gezappelt. Ui. Da wird Tito auch gestört. Der Schieß, zieh ihn mir auch vor der Nase weg. Wo kam RTS denn jetzt noch her? Hohoho. Sondereinsatzkommando. Hohoho. Jetzt kommt es aber aus allen Richtungen. Äh, ich habe das Gefühl, wir sollten hier verschwinden. Alles eingesteckt. Ach, lass mal. Wirst gut sein. Du hast genug getan. Ausmerksamer als ich. Jetzt aber durchgezogen hier. Ihr traut euch ja sowieso nicht mit runter ins Dunkle. Von daher. Soll ich nochmal? Natürlich. Wer oder was hat mir da denn schon wieder ein Rüstungsteil runtergerissen? Oh, das ist ja fürchterlich. Fast übersehen. Oh. Da hätte ich ja noch mehr ablegen können. Kann man nichts machen. Oh ja, hier bin ich richtig. Spannung, Spannung, Spannung. Ein weiterer Moment der Wahrheit. Eigentlich könnte ich mir da ja auch gleich am 3D-Drucker nochmal so ein Tech-Gewebe drucken lassen. Da passen die Batterien doch nicht. Ich dachte, da geht noch mehr. Das und das. Gut. In Ordnung. Wie war denn das? Einmal auffüllen. Oh. Ist er schon? Ach so. Nicht abgeschlossen beim letzten Mal. Ah. 250. Na, das hab ich doch locker vom Hocker. Da hau ich noch zwei durch. Und dann gehen wir über zum interessanten Teil. Hoffe ich. Na ja, wenn man den Zahlen glauben darf, geht ja nochmal. Aha. 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 So, so. Aha. Vielen Dank. 24 milliliter noch über ich brauche bestimmt gleich wieder die taschenlammer habe das gefühl wo kommt denn mal ein automat wo ich das ganze geld reinschieben kann es passt machen wir mal ganz vorsichtig so weit das auge reicht okay Dear Jests, we are aware of the air conditioning not working in the gym area. Our mechanics are working to resolve this as soon as possible. We apologize for any inconvenience. Albert Pitch, Assistant Manager. Hornerville, Jests Services. Falls es jemanden interessiert. Ihn aber wohl nicht mehr. Batterien? Achso, ausgetauscht. Na, hoch die Sprossenwand! Sind wohl wieder kleine Kinder irgendwo. Ah! Nein! Keine kleinen Kinder! Die Großen! Na ja, er macht's mir ja einfach. knie nieder und spüre die macht wo einer ist kommen auch mehr da vorn ist ein teilnehmer gesichtet worden aber solange der sich nicht umdreht schaue ich mich noch mal ganz in ruhe um zeitenwechsel wasser spenden darf ich da funktioniert ja noch außer betrieb da geht es gleich noch mal rein also den mittleren bereich abscannen auch wie gern wird ich dem die handel überwerfen und dann ganz auf unschuldig tun noch nicht noch nicht lift the world gibt mir einen hebel da groß genug ist natürlich wer sport macht ordentlich saft in der leitung ich möchte nicht stören aber darf ich mal durch ja das wäre das grobe aber da rein und darum meine ich jetzt hört sich so verdächtig an schick hat er uns schon bemerkt da meldet sich da kommt jetzt aber kein bosskampf oder so ein pool ich gehe am stock so lehrer hier ja warum das denn Ihr macht die Geräusche. Wo ist er hin? Im Klipper. Bleibt doch da. Er ist mir recht. Ja. Kleine Wellen ist cool. Na klar, hol doch den Anzug raus. Muss ich den wieder ablegen. Was soll das denn? Lufttarmung nicht. Ablegen. Ganz umsonst hier. Nun. Zu euch. Zu dir. Zu ihm. Zu es. Du 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 du. Oh. Spieleverderber. Mann, tausche aus. Hallo, ich begrüße sie. Wer zuerst? Werdet euch einig? Jetzt kommen sie weiter. Oh, das hänge ich hier auch noch in der Ecke. So muss das doch nicht laufen. Gehen bleiben. Weitere Schritte sind untersagt. Schwing dein Ding. Hey, 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 hey. Nicht dazwischen. Mischen. Ach, mit Schwung kommt er ran. Und ich habe keine Energie mehr. Bleibt mir fern. Das kennen wir ja. Einmal hier. Und zweimal da. Weder bloß gemacht. Ja. Dürfte ich nun in die hinteren Räume schauen? Wie wäre es denn? Keine Bewegung mehr. Ach, da war ja noch was. Ach ja, zum Schweißabwischen. Genau das Richtige. Hui. Trainingsanzug? Oh, jetzt geht's los. selbst auf einer einsamen fast verlassenen insel naja ihr wisst schon bin ich was mode betrifft up to date jetzt geht's noch heller hank you spent all this time setting up a golf course and you haven't ordered any golf clubs or balls how are we supposed to play golf mal jetzt goldstein ich glaube das kennen wir doch schon kommt mir bekannt vor erneut eine straßenwand ist da was drin ist da was drin ist da was drin ok ich lass es jetzt wird's doch schon wibbelig in den händen ich habe eine frage bing 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 bitte in die lobby ich habe mir mal so einen schönen trink hier rein auch da hinten krabbelt ja noch ein doppelter energietechnisch bin ich da besser aufgestellt weißt du wie schlafanzug hoho pyjama party sag ich da nur nicht mal reinsteigen darf ich ach jetzt geht's da einmal weiter so so funktioniert ja prima ja kein empfang hier unten in der hütte in der 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 des in der in der ein store Trockenfleisch. Denke mal, das ist dann auch hier hinten verbunden. Ja, ist es. Da ist zu. Da geht's weiter. Kommt der durch die Tür? Mach mal zu. Geht nicht. Muss man aber auch wieder alles absuchen. Nicht, dass da noch was drin liegt. Ich meine, abgesehen davon. Sowas will ich nicht sehen. Ja. Ja. Check. 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 Klopf. Klopf. Da hatten wir ja genug von. Kommst du mal her? Wenn ich wüsste, dass Akkurs stehen bleibt. Oh. Viel zu kurz. Was war das denn für ein Sparwurf? Kommt er? Er kommt. Oder auch nicht. Ach, Jürgen. Jürgen. Nö, 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 nö. Echt jetzt? Oh, ich dachte schon. Zu, 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 zu. Uiuiuiuiui. Wo das nur wieder endet. So. Tö, tö, tö. Nichts mehr da. Join us in the dining hall Monday at 2 p.m. For a special performance by Bad Pivot. Na gut. Dann schaue ich mir das hier unten alles nochmal an. Werf einen ganz kurzen Blick nach oben. Und wenn ich da noch endlose Räume sehe, werden wir die Folge hier wohl beenden und beim nächsten Mal dann weitermachen. Kannst du wieder nicht lesen. Nichts in der Ecke. Nichts auf der Couch. Nichts auf dem Tisch. Außer nem Wisch. Da plätschert's ja noch. Oh klar, wieder den Toweranzug. Fast eine Mimose. Ja, es könnte noch etwas länger dauern. Wir kampieren und setzen unser Abenteuer von hier aus beim nächsten Mal fort. Für heute war's das. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Hat es gefallen? Dann Like und Abo da gelassen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's nicht gut. Macht's besser. Nichts Googles Daw. Währendsbinary. Ich sage Los drei. Eins. Und equilibrieren. hums mir泊.